Kanipavasana, die Stellung des Yogi Kanipava, ist die Bezeichnung für mehrere Körperstellungen. Svenja zeigt, wie es geht. Kanipavasana 1 ist der Lotus mit gebundenen Händen. Das gleiche wie Baddha-Padmasana. Bringe einen Fuß auf den einen Oberschenkel, den anderen Fuß auf den anderen und dann greife die Füße von hinten. So bist du in Baddha-Padmasana, auch eben genannt Kanipavasana. Zweite Variation ist, du gehst einfach in den Lotus-Sitz und gibst die Hände auf die Knie. Hier, Padmasana. Auch Padmasana wird manchmal genannt Kanipavasana. Und die dritte Stellung, die Kanipavasana heißt, ist das, was wir sonst als Krähe bezeichnen. Karkasana, auch genannt Bakasana. Vom Hocken ausgehend, gib die Handflächen auf den Boden, gib die Ellbogen nach außen und gib die Knie entweder auf die Ellbogen oder die Oberarme. Hebe dabei das Becken hoch, bringe das ganze Gewicht auf die Hände und hebe die Füße hoch. Schaue auf den Boden und atme gleichmäßig ein und aus. Auch diese Stellung ist benannt nach Kanipava, einem großen Yogi, der vermutlich auch ein Siddha war, also ein Vollkommener, ein Natha, ein Meister. Mehr Informationen über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.